So, das ist unsere Elo-Box, eine vollausgestattete Kofferbarmküche. Bis zum nächsten Mal. Wir haben die Möglichkeit, eine Solarzelle anzuschließen, um unsere 90 Amperestunden Versorgerbatterie zu laden. Während der Fahrt kann die Batterie ganz einfach über den Zigarettenanzünder geladen werden. Das System erkennt automatisch, sobald der Motor läuft. Also ihr braucht euch keine Sorgen, um eure Starterbatterie im Fahrzeug zu machen. Die ist immer geschützt. Die ist immer geschützt.